So, ich habe gerade eine Anzeige gemacht, 14 Räder am Bastler zu verschenken, hier, da ist er, sieht doch hier gut aus, oder, ich weiß nicht, sieht doch gut aus, sieht bestimmt beschissen aus, ja, ist doch, schönes Foto, schönes Foto, So, ich habe gerade eben hochgeladen, bin mal gespannt, wie lange der dauert, bis sie weg sind, wir machen mal einen Test in Echtzeit, bis jetzt noch keine Nachricht, ist schon ungewöhnlich, ist nämlich schon seit, oder aber schon viermal besucht, die Seite, einmal von uns jetzt, ist schon seit drei Minuten online, das mache ich spannend. In echt, der in Echtzeit testt, wie lange dauert, Räder zu verschenken, was schätzt ihr denn, wie lange der dauert, seht ihr ja an, äh, Länge des Videos dann am Ende. Und zwar sind das, heute ist es so langweilig, deswegen verschenke ich einfach Räder, jetzt sind meine Bastlerräder, gut. Zeig euch, Team, mal, da ist wirklich viel dran zu machen, ich finde die Zeit nicht, gut damit. Wie geht's los, bei dem, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ölf. Ich habe sie quasi selber geschenkt bekommen. Zwölf. Sind sogar 15. Oben sind auch noch ein paar, zeige ich euch auch. Eine Nachricht. Der Herr Postradraben ist dabei. 13, 14, 15. Ja, man kann sicherlich was draus machen, aber... Aber ich will ja nicht. Hast du ja ein Telefon? Kannst du das mal holen? Boah, muss. Noch keiner Nachricht, ich werde irre. Wahrscheinlich, wenn es andere Kinder angibt, dann... Ah, fünf Nachrichten. Habt ihr das hier sehen? Plap, plap, fünf Nachrichten. Ich gehe auf Nachrichten. Hallo, sind Sie noch da? Bitte sagen Sie mir Bescheid, ich komme Sie abholen, alle. Sagen Sie mir Bescheid, bitte. Oh, ist das irre, ey. Irre, 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 irre. Irre. Wer ist denn der Erste? Schreiben wir mal Ihnen. Sollte jetzt gerade jemand anrufen, weil er anrufen meinte, dass mein Telefon klingelt hat? Ja, das ist unglaublich, das Telefon hat geklingelt. Ja, bitte. Ach, ich habe eine neue Nachricht. Es funktioniert. Nee, darfst du nicht. Ja. Du musst rausgehen, denn hier drin ist kein Anfang. So, jetzt haben wir ja schon wieder fünf Leute, die sich dafür interessieren, innerhalb von acht Minuten. Ist ja auch nicht schlecht. Sagen Sie mir Bescheid. Bitte einfach vorbeikommen. Und jetzt haben wir das. 47 Mal besucht, mittlerweile. Unglaublich. Ich brauch's nur, zu verschenken. 14 Räder an Wasser zu verschenken, zack, zack zu verschenken, zu verschenken. Ich lass den Echtzeit auf, mal gucken, wann der erste kommt. So, ich schreibe nochmal rein, Achtung, nur komplett. So, G, N, BAM, oh man, warum sind dann hier eine Million Streifen, die Tastatur ist das oder so. Noch da, noch da, ist er gerade online. Gut, ich warte jetzt, mal gucken, wie viele Nachrichten sich nachher sammeln, damit haben wir jetzt erstmal einen Kaffee trinken. So, G, N, BAM, oh man. Mo, 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 Mo. Oh. Das ist einer, der da so lustig ist. Hm, so schwimmen die. Schwimm. Aber guck mal, man kann sich auch ohne Taschen zubachen. Mal guck mal, man kann sich auch ohne Taschen zubachen. Wir sind hier. Was macht ihr noch dran? Spielen. Mein Vater hat das am Samstag Geburtstag. Am Samstag? Ja, jetzt wollte ich ihn mal fragen. Gehen wir ihn kurz besuchen. Erstmal mit denen und dann auf Kuchen. Kommen da auch alle hin? Das weiß ich nicht. Also wir gehen da hin und sagen ihnen alles, kuchen zu. Der Papa, der ist nicht gewohnt mit Kuchen. Ja, er will aber Kuchen holen. Ich bringe einen mit. Also nein, er will nicht alle. Ich habe ihn gefragt nach einem Geschenk, ob er irgendetwas speziell braucht. Eike meinte, ich will ihn in der Fläche holen. Das ist in Eike. Dann fragt ihn doch lieber erst mal. Vielleicht braucht er ein Handtücher oder irgendwas anderes. Aber er meinte, er möchte mir ein Foto von ihm bekommen. Also ich schenke ihn ein Bild. Weil ich habe die Zuhörer ein Schweinbild geschickt. Das ist ein schönes Mal. Ihr habt alles Gute verschrauben. Ich habe ihn ein Bild. wir gehen mit. Es wird so ein Geburtstag. Da kommt so ein Haare. Und da... Da sehen wir noch immer. Es ist zum Hut und da. Da sehen wir noch immer. Es ist zum Hut. Da sehen wir uns. Es ist beim Haus. Da geht das nicht. Wir machen gleich noch mal Augenkopf, wenn wir reingehen. Und er darf noch sein. Ja, und er freut sich auf morgen. Das ist ja krass los. Das ist ja krass los. Sea life. Lecker, lecker. Sag lecker. Mama. Mama, sag lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Ich bin sie nicht auf. Aber ich hab sie nicht angefangen. Da war sie nicht auf. Aber es war sie nicht. Aber ich hab sie nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Die letzten beiden Flügel sind nicht hoch. Die Flügel haben nicht hoch. Die Flügel haben nicht hoch. Die Flügel haben nicht hoch. Erstmal die Wahlmeister. Die haben uns geschlichten, haben sie aber nicht hingekriegt. Es ist gar nicht. Erzähl dir ja gerade was. Die Flügel haben nicht hoch. 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 Mit so fanzigen Fingern? Die Flügel haben nicht hoch. Die Flügel haben nicht hoch. Das sind ja schon 13 Minuten um zwei neue Nachrichten. Nicht zu faul. Ah, nicht zu faul! Ja, die sind noch da. Bis jetzt war noch keiner hier. Na ja, reservieren ist halt nur eine Sache. Wie ist dein Name denn? Ah ok, alles klar. Gut. Also du bist da in einer halben Stunde oder so? Ok, gut, alles klar. Bis dann. Danach mache ich es aber dann wieder online. Hallo. Ich wollte fragen, habe ich einen Wagen? Ein Wagen? Ja, für meinen Fahrrad oder ich muss umziehen. Na, wir haben es nur für, also so als hier. Was ist denn mit dem hier? Ja, der muss um die Sattelstütze rum. Kommt der. Geht das mit meinem Fahrrad oder nicht? Ja. Na, wenn das Schloss ab ist, dann wahrscheinlich ja. Ja? Ja, das Schloss muss ab, Sattel raus, dann kommt das da rein. Und was kostet das? 10 Euro sind das für heute. Für heute und dann bin ich zurück. Morgen? Na ja, pro Tag sind es 10 Euro, also bis heute Abend 21 Uhr kannst du den haben. Ja. Das ist 21 Euro. Okay. Ähm. Okay. Nee, nicht. Okay, knickt leichter. Schlimmer deaktivieren. So, ich habe sie deaktiviert nach 17 Minuten. Seit Jahren schlechte. Warten wir mal, bis der Adriano da ist. Den und den. Jetzt verbinden wir einen Hänger. Ich habe mich reinigen lassen. Das holen die sogar ab. Ja. was tut. 's tut los und lebt. Ich leg mich so nachher. Gut, glaub mir mal ein Foto. Sehr schlechtest. Mama, ich mach mal von dir ein Foto, okay? Das stelle ich jetzt mal für einmal. Hallo, Anja. Einmal ist es. Na? Ey, Grinzegrümmel bist du groß geworden. Ja. Du bist ja ein Riese. Warte erst mal. Hallo. Hallöchen. Na? Wie geht's dir? Ach, na ja. Bescheiden. Bescheiden? Das klingt ja nicht so toll. Ach, ja, nee. So eigentlich. Okay. Marken habe ich ja mal nicht. Nur Stress, doch am Marken. Echt? Ja, die habe ich da rausgeschmissen, da raus. Wenn ich da rausgeschmissen, so. Und dann halb ich auf die Aussage da verlassen, dass ich den Foto von Amt, die besteht und kriege, dass die Kortionen bezahlt werden müssen, die die Kortionen auszahlen. So, jetzt halb ich den Amt klargemacht, jetzt lassen wir die östlichen Kortionen 200 von 60 bezahlt, 400 waren es. Und dann kommt sich der Westkar ab. Ich habe jetzt ein bisschen zugekommen, weil jetzt nicht 400 Euro, weil ich das abgezeichne habe. Fahrgarten, der ist still. Oh, nee. Das kann bis zum halben Jahr dauern. Okay. Ja. Steht da. Tja. Wenn ich meine Ex-Frau nicht gehabt hätte, dann würde ich auf der Straße sitzen. Das ist ein Glück, dass man Spannung, wenn mehr Ex-Frau. Habt ihr da wohl? Ja, erst mal. Nein, im Moment geht es so, weil jetzt gerade die Unke-Tochter, die wohnt ja auch da, im Urlaub ist. Sie fährt auch erst mal in Österreich. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da leben schon drei. Ah, okay. Das ist natürlich dann eng. Oh je, das ist der richtige Ausdruck. Oh je, das tut auch weh. Mama, hier kann man nicht mehr rechnen. Ich habe mal kurz einen Arm, das ist gerade so zu drehen. Das ist so eine Frechheit. Es ist immer eine Lade. Ich habe auch keine Sorgen, sie hätten sie nicht auf die Straße. Ich höre, warum? 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 Wir sehen bei Ihnen keinen Behandlungsbedarf. Sie haben ja auch keine Probleme. Ich höre, warum Sie so bei der Tüchter nicht? Und wir müssen jetzt kommen. Wir müssen doch erst mal an den Kalt und oben haben. So. Ich bin in der und. So. Okay. Aber wir halten vornherein und denken dann nur hin und nicht an die Feinheit. Ich habe keine Betreuer mit irgendwelchen Hühnern. Sie haben ja eben wesentlich funktioniert. Und die brauchen nur eine Bade, eine kleine Wohnung. So. Mama, ich habe eine drei Minus. Ach, irgendwo. Was ist der Tüchterkirchen? Ah. So weh oben, ist gut so weh. Wenn man dann vielleicht vor der Wahl steht, zwischen auf der Straße und da, dann... Nicht mal hin. Nicht mal hin. Ich kenn's ja nicht. Das Risiko wird nicht eingehen, wirst du? Weil, du bist ja gerne mit Kaut, wenn es auch was... Ich sitze ja hier im Kast, wirst du? Ja. Ja, ist da recht. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Stimmt, stimmt. Ich will gestern Eierkuchen. Lecker. Ja, du kneifst mit. Ja. Beißen muss auch noch. Was ist denn hier los? Bissig. Du hast ja auch so viele Zähne jetzt. Damit kann man ja auch beißen. Mann, hat den Schuss gemacht. Ja, ne? Das sagen jetzt alle irgendwie. Na klar, wir müssen ja gar nicht. Du siehst die. Nee, genau. Wieso auch? Recht ist sie geworden. Ganz schlecht. Aber mach dir nichts drauf. Kleine Geschwister sind überhaupt nicht. Sie hat Lübenentürmer ganz klein am Rücken geprissen. Ja, die können die. Ich weiß. Aber das meinen die ja noch nicht böse, weißt du. Na ja, wenn die stänkern, weißt du, dann ist sie halt sauer. Dann ist sie halt sauer. Ja, ja. Ist halt sauer. Papa, Hilfe! Ja, ich spreche dir eine Handstunde. Wollt ihr eine Handstunde kommen? Ja. Wann kommt Alina? Ach so, du meinst die Fahrräder. Wann kommt Alina? Mama? Mama? Anu, ich weiß nicht. Ich hab nicht mehr mit dir gesprochen. In so vielen Minuten? 600? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ein Hauser. Papa! 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 1.000 minuten ein gut gelautes biebier ja aber sie hast ihn immer 100.000 keine ahnung ein tag hat 24 stunden 24 mal 60 rechnen ist und weiß in vielen minuten der tag hat eine stunde hat ja 60 minuten 2060 minuten der tag was hast du denn hier eigentlich was denn was denn was steht denn hier eine 2 keine ahnung das steht ja schon ganz total guck mal baba ich mache es aus und da mache ich es wieder an ja aber steht trotzdem eine 2 2-0 warum das kommt die ganze zeit so guck und es geht schweige mich das ist so ein high-tech, womit man alles mögliche machen kann das brauchte ich damals für die schule aber jetzt habe ich keine ahnung von wie man damit umgeht doch doch habe ich mir gesagt der war schon teuer mit 35 euro das ist schon echt viel geld aber 800 was ist denn Ich guck mal, ich rechne 4 plus 4 ist gleich und wo muss ich dann gucken? Nein, du hast das falsch gemacht. Du musst 4 machen und dann musst du hier auf das Plus gehen, siehst du? Hab ich auch. Und dann nochmal 4. Dein Schloss steigt hinten. Das Schloss würde ich da woanders ran machen, weil das kommt an der Rad ran. Bitte? Das Schloss vom Hänger. Das kommt an der Hinterrad hinten ran. Nein. Hast du dran? Ja, ja. Hier, das ist diese 2. Am besten Hänger reinlegen oder so. Deine Tasche reinpacken. Das ist diese 2, die macht es so falsch. Also die macht besser wie das andere. Das ist die 2. Nein, du bist jetzt. Du lebst den Platz. Du lebst den Platz am Reifen hängen. Das ist die 2. Ey, Mama, jetzt ist da eine 1. Dann schießt du eine Sonne. Jetzt ist dort eine 1 und eine 3. Wie haben wir das jetzt gemacht? Das ist ja einfach schlecht. Der Hinterrad hat ganz drei Hänger rein. Ich hab keine Ahnung. Die Tür ist der Platz, nicht mehr. Wie geht das weg? Ja, Mann. тайmarke! Aua. Zum Mal, tisch es auch. Ja. In der Mittelpunkt. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Oh, Mann! Töne. Es geht nicht mehr, Mann. Ja, Mann, Mann. Ich hab keine Ahnung! Oh, Mann. Hallo, Mann! Ah, jetzt ist es nett. Gabi, ich muss das rein. Ja. So, Papa. Haben die Sachen von mir noch hier? Zeigeweise. Ich habe noch nie mit dem Auto gefunden, wie ich mich transportieren kann. Ich will, wie ich mich gleich machen würde. Was ist hier? Ich komme gerade zu Dennis, weil ich muss alle draus. Ja, natürlich. Das ist super toll. Ich bin in dem Keller. Ich kann es jetzt sehen. Und vorhin mit dem Hänger, den ich wusste, eben hatten. Das war schon grenzwertig. Ja, ja. Ist der Amy noch hier? Ja. Ich hab' die noch nicht nur geschrieben. Du kannst nur mal lustreffen mit ihr. Kannst du mal lustreffen mit ihr? Hast du doch mal lustreffen mit ihr? Sie darf auch nichts rumdrücken. Ja, neun gedrückt. Ja, jetzt geht es. Jetzt mach mal. Also vier, 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 dann muss ich hier so laufen. Was ist denn das? Ah, stimmt das? Ja, aber da muss man es als erstes sagen und dann stimmt das. Dann mach ich mal drei, vier, 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 vier. Und dann gleich drücken. Dann gleich drücken. Nein, dann muss ich das erst mal sagen. Ich gleich 19. Das war schwer, die Auflagen. Was soll ich jetzt rechnen? Also, Mama, jetzt rechnen wir 2 plus 100. Kann man das auch rechnen? 2 plus... Mama, kommt dann die 1 und dann 2? Das kommt dann... 1... 1... 1... 0... 2 plus 1... 100... ist vielleicht 3... Nein, das stimmt. 200 plus 100 sind 300. Aber 100 plus 2... sind 102. Das ist verletzt. Na klar. 100 plus 2... ist 102. Das ist aber blöd, weil hier ist nur 1. Das ist aber richtig 100 und 2. Guck mal, wie man hier rummacht. Das ist nicht möglich. Skadi, stopp! Muss ich auch ein Brot auf? Nein, ich muss auch passen. Nein, ich muss auch passen. Immer nur du, du, du! Ich muss dann schnell sein, wenn die da nämlich irgendwo runter kommen. Oder Papa, der hat die Brot auf runter geschlossen. Ja. Mama, was soll ich hinbekommen? Unsicher, aber... Mama, kannst du mir hier eine Aufgabe stellen? Bitte, bitte, bitte! Mach schon, bitte! 20 minus 10. 20 minus 10. Kann sein, ja. Also 20... Also 2,0... 2,0... 2,0... 2,0... 2,0... 2,0... 1,2... HORN W сотlos wave 2... Wie sieht endlich du? Ich heerst mal weg. Dwarf ja. 9 minus 13... Ist denn 5? 10. Jetzt machen wir noch eine Auffassung. 20 Minus? Nein, Mama ist zu schwer. Boah, findest du doch nicht schwer. Mach mal 10 Minus 7 und dann machst du plus 10 Minus. Dann hast du auch 20 Minus 7. Mach mal das auch rechnen. Guck mal, wenn du 10 Finger nimmst, wieder von 7 Finger wegmassen. Die Finger bleiben dann übrig. Nein, du hast noch keine 14 Finger. Das ist ein Alien. Komm, wie dein Kaffee steht. 20 Minus. Hast du was verkauft oder was? Mach mal jetzt Minus. Mach mal jetzt Minus. Mach mal jetzt Minus. Die haben alle von Schlomo. Das heißt, nur, wie ist der, ist der Engel. Das ist alt von hinten nach vorne. Wie viele hast du eingestellt? Ja? Wie viele? Alle? 15 Stück. Die haben sie von Schlomo. Alle weg, weg, verschenkt. Was ist mehr wert teilweise? Ich weiß, dass 20 Minus 7 ist. Es geht 13. Mama, 20 Minus 7. Mama, 20 Minus 7 ist. Es geht 13. Moment. Die Kader muss man sich anschauen. Jetzt machen wir eine schwere Aufgabe. 15 Minus 8. Also 15 Minus 8. Fünf, fünf, also ne 1 und ne 4, 15, dann minus 5 und dann noch ne 8, 15 minus 8, also von 15 und von 8, 8, 7. Schade, wir gehen nach Hause, Papa hat eh keine Zeit. So? Kannst du hier, will ich hier oben noch bleiben? Daddy! Ich bleib die Eise. Mama! Mama! Du redest doch nicht mit mir. 10 ist gleich 15. 5 plus 10 ist gleich 15. Ja. Hoppala! Was war das denn? Einfach umgekippt? Hm? Guck mal auf. Ist nichts passiert? Das war nicht schlimm. Kannst du mir jetzt noch ne Zauber machen? Dann machen wir ja 17 minus 8. 17 minus 8, also der 7, 17. muss ich ja jetzt mal zählen. Was ist das denn? Das ist zu sch... Warte, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht. Baby, gleich mal hier. Also, der 7 ist 1, 7, 17, minus, 17 minus 8, ist gleich, 17 minus 8 ist gleich, Mama guck mal, 17, Mama guck doch, 17 minus 8 ist gleich 9. Papa! Genau, bin ich, stell dir doch. In Echtzeit, mache ich ja gerade ein Video, wie lange das dauert, die Räder zu verschenken. Jetzt sind wir bei 37 Minuten. Nach 5 Minuten hatten sie schon 10 Nachrichten. Und die alle noch mal? Die alle? Bei den Orangen reden wir noch nicht sicher. Was? Vielen Dank. 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 Bye. Danke. 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 Du bist gerade live im Netz. Wirklich? Ja. Wunderbar! Das ist deine Garantie. Das war jetzt nicht. Wir haben sie nicht geklaut. Das können wir uns nicht erlauben. Deswegen verschenken wir sie auch. Weil wir aber nicht wissen, was genau auf den Höfen so rumsteht. Normalerweise kann immer was dabei sein. Du hast, wie gesagt, Fahrradsalon und YouTube. Da hast du das Video jetzt hier auf. Jetzt noch ein Stück zurück für die Lücke. Dann kannst du das Auto machen. Oh ja. Schlachtdorf. Ja. Mach dich ein bisschen kurz hier. Wo ist jetzt mein Kaffee? Den habe ich jetzt untergestellt. Jetzt hast du Zeit? Ja. Dann soll ich ihn holen. Ich weiß noch, wo der ist. Du hast ein Auge aus Gadi. Nö, ich habe keine Hunger. Ich habe heute schon gebrochen. Danke. Gadi. Nein, nein. Was? Nein, nein. Ich habe heute noch gebrochen. Kaffee sehen Sie. Das ist das Geil. Geil! Geil! Wir kommen jetzt schon mal. Tschüss. 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 Hallo, Sebastian. müssen wir auch gleich eine augen tropfen die in der tasche eine tasche hat sie haben hier ein t-shirt skadi komm mal her skadi komm mal stopp nein zeig es ihr so was findest du witzig ich will sowas bauen die nur ein für leute wie du damit du sowas kurz es ist es ist ein schloss ja Oh, das ist wunderbar. Das reinigt doch gerade und das reinigt doch wieder spannender. Hast du da einen Reinigung? Ich bin bei der Ruppe Linie vorbei, ich muss mal kurz spüren. Ich habe den Lachen, aber ich glaube, dass ich mir jedenfalls die Kühle habe. Soll auch ein Häuschen auch? Ja, wir müssen mal erst mal nachfragen, ob das überhaupt geht. Im Sommer wird es gleich noch gehen, aber... Ja, wir hattest ja vielleicht ein bisschen Zeit hier. Na ja, ich bin seit einem ganz Lauf und so. Ganz Berlin oder? Ja, ich habe mich schon angeguckt. Echt, ja? Und dann gab es so, weil so viele Bewerber sind. Die Bewerber, das ist halt nicht wie die erste Mal. Die Beweilerei. Das ist doch etwas alleinstehender. Ich weiß nicht. Ich habe zwar nicht so schlecht. Ich habe einen Score von 48 oder 49. Also mit dem Maß. Aber sie wird immer relativ viel besser ausstehen. sondern hat auch die Bewerber kommen nicht so. Warum? Work aber ich kann nicht so schön aus. Komm schon. Ich habe neben die Bewerber. Ich habe neben die Bewerber aufgefahren. Jetzt sehe ich mich. Ich mache mir. Ich mache mir. Ich hoffe, das passt. Sie wissen? Ja. Ich kann ein bisschen nachtreten. Das kostet aber. Ich glaube, es ist halt ein großer Auto. Das ist eine gute Hütte. Das ist eine gute Hütte. Ich glaube, es ist eine gute Hütte. Das ist eine gute Hütte. Mama? Ich kann nicht backen. Das ist immer so. Rechts, links, rechts. Ich möchte nicht gerne schwimmen. Nein, nicht schwimmen. An der Ostsee wolltest du nicht schwimmen. Was ist los? Zu viel Wellen. Du musst das mit deinen Augen machen. Du musst das mal kalkulieren hier. Ja, nochmals ein bisschen. Ui! Nochmals ein bisschen. Ui! Ui! Äh! Lass mal eine zu oben. Na, so ist zu. Ich hab's dazu gemacht. Mama, wann kommt Elena? Später kommt deine Kante. Ja, das ist ein bisschen schwer. Ich hab' nicht gefühlt. Ich hab' nicht gefühlt. Ich hab' nicht gefühlt. Oh! 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 Was ist mir das denn? Mama, guck mal! Ich arbeite! Oh! Es steht jetzt hier. Hä? Hm? Guck mal, Mama! Ich arbeite hier. Und dann, eine mene Lauf, da steht jetzt so etwas drauf. Mama, guck doch. Eine mene Lauf. Mama, Mama, darfst du mal hier was? Mama, kann ich hier los? Das habe ich beruhig gezeigt. Eine mene Lauf steht jetzt so fast zahlen. Zauber. Zauber. Eine mene Pfleck, Baba. Mama, eine mene Pfleck. Dann ist jetzt alles wieder weg. Hex, hex. Wow. Schon zauber. Da gibt es wieder was herzaubern. Ja, okay. Das ist halt so ein, kann ich hier das nicht. Eine mene Mama. Nein, eine mene Nana steht da nicht. Nein, eine mene Lauf, da steht jetzt so ein Teil drauf. Zauber mal eine Wohnung, die man zaubern kann. Machen wir. Boah, bist doch irgendwann. Das hat sich für mich gelernt. Ja, du musst noch an deinen Hexenkunsten arbeiten. Das soll nicht. Ja, du musst noch an deinen Hexenkunsten arbeiten. Wir fangen in der Wohnung. Wenn du das schon kannst, dann kannst du das vielleicht auch. Skadi, nein. Bleib hier. Oh, oh. Das braucht Reise. Ja. Reise, reise. Dann geht das. Schwimmschule. Halt! Oh, jetzt schnagt man schnell. Das ist schon nach vorne gekippt. Das war jetzt richtig lustig. Das hat fast nach vorne gekippt. Die Zauberin. Papa, sagst du mal ein Zauberstruchzeichen? Papa, sagst du mal ein Zauberstruchzeichen? Papa, sagst du mal ein Zauberstruchzeichen? Die Zauberin nach oben. Da steht jetzt Zufall, da steht jetzt Zufall, da muss er draufhecken. Wow! Wie soll das denn das gemacht? Die Zufallin ist in Zufall. Die Zufallin sind in Zufallin. Masse reduzierte Sonnenräumung, ja, habe ich, oh ja, Sonnenräumung zu fresschen. Ich habe ja auch einen. Danke, danke. Ja, viel Spaß, ja. Ciao, ciao. Gleich Papa. Bemerkt euch, Fahrradsalon, könnt ihr gucken. Total langweilig, aber... Dann wollen sie die Fahrräder noch gelungen haben, als kleine Franken. Siehst du, hast du was. Gabi, du hast Geld, das ist ungerecht. Super, siehst du, zu verschenken, das funktioniert immer. Einmal frei. Nach einer Stunde ist es komplett abgewickelt. Das ist jetzt 58 Minuten, 59 Minuten, komplett weg. Die ganzen Ärger, ich hätte bestimmt zwei, drei Jahre an den Dingern verkauft und repariert und, oh, himmels Willen. Hast du das jetzt schon kaputt gemacht? Nee, nimm mal du. Steck das doch ein. Das Geld, Mama, ist dein Geld. Komm, hier hast du ein paar alte Griffe dann, die wir brauchst. Na, gerade verschenkt. Ja, dann kriegst du danke von mir, bis abzugehen, geht man ja alle fest. Griffe, griffe. So, alle jetzt weg. So, alle jetzt weg. Ich freue mich, ich zeige euch nochmal die Ecke kurz. Ich bin glücklich, nach einer Stunde alles abgewickelt. Es ist immer noch wahnsinnig voll hier, aber hier steht in Zukunft der Ecke. Ich bin gleich in meinem Bett. Ich habe keine Kürze schlafen. Nein, da kann ich die ganzen Räder, die ganze Reihe ein bisschen auflüften. Alles ein bisschen schön machen. Ich freue mich. Ich freue mich. Bis später. Bis zum nächsten Video. So, mal gucken, was ich jetzt wieder für eine bölerissige Aktion war. Jetzt habe ich ungefähr abgeschafft. Angehält. 200 Euro. Ich habe gerade verschenkt. Na, so ist das. Einkaufsgeld. Ungefähr 200 Euro. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann.